Hallo und WMW und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Reborn. Diese Folge hier, ich mein Bofak, unverdrückt. Wir stehen nicht da, wo wir letzte Folge standen, weil ich jetzt auf Episode 13 abgedatet hab. Wir haben vorher auf Episode 10 gespielt. Also hat sich nicht viel verändert, also nicht für uns, weil das Spiel ist ja noch nicht fertig. Alleine hier, das hat sich verändert. Anstatt jetzt eine normale Treppe hat man jetzt hier einfach so einen Gang zwischendurch und das Typ umstehen. Mal gucken. The corner will feel small and it will be great, positive hair if it seems the lake become toxic. The fluid starts down, now Mr. Leica goes down. Der hat nur Rotz zu erlegen, äh zu sagen. Auf jeden Fall war unser Auftrag, die sagen auch immer noch dasselbe, wer ist hier weiterzugehen? Yeah! So eine Musik. Bugsbison ist ein faszinierender Platz. Und so. Bla bla bla. Und so? Äh, sei vorsichtig. Bla 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 bla. Jetzt frage ich mich. So wie wir wissen, hat der Typ das erst aufgeschlossen. Das heißt, diese drei Personen hier standen da schon die ganze Zeit. Oh, das ist ein Remix von Lavendertown hier. Lavandia. Aber wie sieht das denn hier aus, verrückt. Und hier ist auch schon wieder hart am Pokémon. Verrückt sein. Ähm. Ja, Post. Ja, ne Post. Blue Shard, da ist ja wirklich alles, wie was gegen krank. Ein Pokémon ist vom Baum runtergesprungen. Na, mal sehen, was das ist. Toxipad. Ba 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 ba. Flambo. Toxipad. Ganz schön hoher Level-Unterschied. Muss man dazu sagen, dass wir jetzt wieder so am Anfang sind. Ich erwarte jetzt hier eigentlich gar nichts. Jetzt. Ach so, das ist die Treppe. Ja, wo soll ich das checken? Das ist echt verwirrend hier. Ich will sie erst mal zurechtfinden. Ja, wo war ich den Zingfriesen genau? Jetzt in Episode 13 habe ich das Design ein bisschen angepasst. Vielleicht nicht mal sehen kann, dass ich vielleicht mal sehen kann, dass ich vielleicht mal sehen kann. Barry Rodgers, wo? Das ist die Arena? Okay. Komm, wieder in der Kaput Arena. Sorry. Na, ich habe das Design ein bisschen angepasst. Ja, ich bin nicht bis zu schneiden. Vielleicht auch mein Computer neu machen wollte. Ich habe zum Glück die Safer-Tank gespeichert. Ja, ich bin nicht bis zum Glück die Safer-Tank gespeichert. So, hier ist sowas ähnliches oder so. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt wieder so eine Lise-Episode, damit ich erst mal zurechtkommen muss. Ich zerschneide das jetzt fast, ey. Ich habe noch gar nichts gebaut. Ich habe das alles nicht genug. Okay, ich muss die Maske aus heute. Red Chart. Kann ich hier auch noch was machen? Richtiger, richtiger Dump, man. Hallo, warte, ah, fuck. Ich wollte mit ihm nicht reden. Gelass. Ich werde nicht mehr gefragt, ob es jetzt so zu zimmern will. Oh, ein Pokémon ist vom Baum gesprungen. Nur ein Taxi-Pad. Zeit ist zu verbrennen. Du weißt, der fein ist grubbt. Ich hoffe nicht, dass das fein grubbt wird. Oh, neue Endmusik. Müssen wir uns noch demnächst mal anhören. Was? Meine Güte. Nur weil die ganzen... Wieder ein Toxical-Pad. Weil Toxical-Pad ist viel. Doch, ja. Ach, das Spiel des Corrupted. Das ist ein Special-Beal. Wie gut ging da voll mit dem Problem? Also, dieses Spiel wirbt ja auch damit, neue, große Ecke zu machen, etc. Deswegen finde ich das sehr interessant. Ich gehe hier rein. Noch mehr Geschenke. Ich möchte noch mehr Geschenke. Jedenfalls, ich habe meinen P10er gemacht. Hat natürlich alles wichtig gespeichert, hoffe ich. Also, hier hat es auf jeden Fall geklappt. Deswegen ändern sich jetzt auch wahrscheinlich Someplay-Designs. Wenn ich dann noch mal neu anfange. Da habe ich nämlich, glaube ich, werde ich vergessen. Und dann kommt jetzt auch bald euer heißersehntes Pokémon. Wie der Fliege. Da geht jetzt auch Blablabla. Ich glaube, wenn die Folge hochgeht, ist es immer noch Sonntag. Weil die Folge abgeräte. Sims. So, habe ich noch ein paar Folgen gehabt. Das ist 8.58 Uhr. So, habe ich noch ein paar Folgen gehabt. Wie soll ich mir das so anstellen? Ich habe das schon gemacht. Da hat er es auch noch gesehen. Und hier kommt ein Aktion. Hier habe ich noch etwas aufgenommen. Ich glaube, wir der Folge kommen wir nicht weit. Ob sie auch gesinnt sind, die ganzen Rotz-Terie, die wir sind. Und jetzt kann ich noch mal unseren Bauch zurückkommen. Okay, jetzt gehen wir auf die Seite. Okay, die wieder kaputt. Okay. Dann wieder hier hoch. Hoppa. 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 Und jetzt ist es wirklich schon entnervtötig. Oder so. Das ist schon BDD Arena. Die Postschlag sind nicht mitgenommen. Also ich komme noch nach oben. Und zur Seite. Ne, nach oben komme ich nicht. Ich komme nur zur Seite. Okay. Wee. Okay. Was geht denn jetzt? Wie geht's denn? Ich weiß nicht, was die davon halten. Wenn ich so viel Kick-Ziefen zu bekommen, bedeutet das, dass die Gegner wieder hemmungslos war, weil ich so viel Kick-Ziefen zu bekommen habe. Okay. Ich möchte beschreiten. Also ich bin nicht so der Dubstep-Tor. Ich bin so ein Kratzen-Tor. Ich bin so ein Kratzen-Tor. Kann ich hier noch weiter nach rechts, bevor ich irgendwo anders lang gehe? Weil es sieht so aus, als käme ich da an einer anderen Seite wieder zurück. Alter. Hier muss man sich auch erst so zurecht fühlen. Da hat er, da hat er sich lieber echt ausgelassen. Er dachte, ich werfe alles zusammen, was ihm so einfällt. Ich lasse einfach alles in. Ach ne, Rätsel. Kein Rätsel, bitte. Ich verstehe dieses Gebiet so schon. War der eben auch schon gut? Ja, muss ich ja da runter. Ich bin nicht alle runtergekommen. Aha, ich hätte mich nicht verstanden. Nicht wirklich, aber dann muss ich ja was machen. Ich muss ja davon sagen. Ich kann nicht wieder. Ich musste den Stein gar nicht verholt machen. Hä? Okay, jetzt habe ich zwei solche Dinger rot gemacht. Ich meine, davor waren keine. Aber ich habe ja alles angefangen. Es ändert sich jetzt hier auch irgendwas von in den Gebenheit. Jetzt ist es zu lang. Ich bin jetzt einfach. Ich bin jetzt einfach. Da darf sich nicht gefallen. Verrückt. Hier sitzt ihr rot. Da kann ich den Gebenheit noch schwer machen. Ach, meine Güte. Auch wieder eingängig. Nächster befordert. Ich bin unten als harten befordert. Okay, ich glaube, wie lange ich das. Hier wohl vielleicht. Ach, hier geht's gar nicht so. Okay. Ja, ich möchte ihn zerschneiden. Martin, mach's doch einfach. Aber ich hatte den gefragt, dass ich das nicht machen soll. Meine Güte. Nicht, hier runter kann ich, oder ne? Nicht, hier kann ich ja nicht. Aber hier ist was in der Runde weg. Ah, nee, das muss ja rot sein. Hab's ja extra rot gemacht. Ich will's Computer. Aha. Anlauf-EU, schon längst, ich, ich. Anlauf-Computer. Ich mach hier irgendeinen crazy Tiss. Ich weiß nicht mal, was für einen Tiss ich mach. Boah. Da hieß gar kein Baum. Wie kann das denn von einem Baum springen? Wenn, äh, Scheid, die Winni-Pede kommen, nicht so fahren. Ich will die Winni-Pede echt gut. Erstmal Erfahrung gegained. Erstmal in dieses Haus hier rein. Aber ich glaub, da komm ich gar nicht rein. Skurupi. Mag das Ding. Würde mir auch gerne eins wagen, aber ich hab keinen Verwendung bei dem. Mein Team ist mir so ein bisschen kaputt. Locked. Ja, das hab ich mir schon fast gedacht. Oh, wie ist ein Gegner? Hallo. Äh, Picheln war's nicht immer Waisland. Weißt du? Da war's, äh, über Nacht. Und dann hat so viele runtergefallen und es konnte niemand stoppen. Und dann, äh, hat er versucht, alles wegzuräumen. Und das haben wir oft getan. Aber, äh, die, die Sachen auseinander. Und alles über Nacht. Und dann war ich sehr doppelt. Und ich kann wieder mehr und doppelt tun. Ich hatte keine Chance. Und, naja. Gabi. Verrücktes Waisland. Ja, ich bin jetzt... Ich bin auch noch hart verwirrt, was diese ganze Mapp hier angeht. Also, das wird sich auch nicht so schnell ändern. Das ist ja... Das kannst du schon nicht mal mehr Waisland setzen. Das ist einfach nur... Ich will ein paar... ...booties, aber es kommt gar nichts von dabei. Waisland. Uh. Skorupi. Wer hätte das gedacht? Hier im Waisland gibt's scheinbar... Hier im Waisland gibt's scheinbar... ...die Schreibregime gesagt. Aber wenn dieses Pokémon wieder ein Gift-Pokémon ist, was dieses Land so kaputt gemacht hat, dann hab ich's wieder einfach. Sonst noch was hier so... ...spontan gespielt. Round Jam. Der Jam in Watt zusammen. Skorupi Attack. Wer hätte das gedacht? Vielleicht shiny? Nein, nicht shiny. Gerade. Habe ich jetzt gern shiny gehabt. Und ich weiß, dass ich so bin. Ja, das macht mich so froh. Ist nichts. Hier ist nichts. Heute ist Sonntag, ne? Habe ich das schon erwähnt? Ja, ich glaube schon. Ich bin noch ein bisschen verpeilt. Uh, hier gibt's was. Waisland Hideout. No, I'm Tee with that permission. Ich hab immer ne permission. Ich meine Ruhe. Und das Schard. Oh, das. Das wieder so ein Nuss ist in Rote gestellt. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt muss. Aber ich hab das Gefühl, dass es groß ist. Wir haben... Weil wenn's geht, ne? Wieso sollten wir uns nicht? Oh, oh, hello. Just come right on. Why don't you? No, sorry. I suppose I should get used to this. Apparently, this living room is a gym now. Sir, are you here for a lift challenge? Oh, I'm not Aya. Aya is my daughter. My name is Lana. Nice to meet you, I guess. Lana. Das ist. Aya, you have another visitor. Okay. Wir sind noch ein bisschen, wir haben dich gerade. Und äh... Oh, well, äh, ist hier der erste Läger auf dem Job und alles. Wir sind weiterhin in den Battles mit dem Trainer. I suppose you're free to go to what you don't like. Okay. Ist hier ein Punkt, was er da? Wow. Ich, dass es gebraucht hätte. Oh, cool. Ah, sehr cool, das gewann. Ich weiß. Ach, der. Welche Stimme hatte ich dem gegeben? Oh, schau, es ist Shia. Wie eben, hast du das Spiel zur Party? Hey, keine Sorge, Bro. Dieser Arena-Leiter ist ein bisschen neben der Platte, ey. Total blub. Entschuldigung? Ich hab dich schon einmal davon besiegt. Ja, ja, wir machten ein Polis-Team mit Spam- und Grass-Types und Poison-Types und sowas, ey. Was funktioniert nicht. Äh, ja, und so hatte ich mich entschieden, einfach ein bisschen Buff-Buff zu machen, ne? Easy-Maut. Okay, ja, whatever. Und Dani, gell, ne? Ich bin in Loops-City-Betspiel-Tiebe, tu hier, ey. Das wird bestimmt echt interessant, so ein bisschen Loops-City. Ah, ja, du hast dann wieder ein neues Spiel-Buff. Na, wirklich, noch ein. Na, ja, ich kenne die Leute hier, dass sie sich nicht beschweren dafür, um Gratsch zu ordnen, ne? Kannst du die Klappe halten? Lass mich in Ruhe. Genau, ich bin die Kompi hier zum späteren Zeit genommen. Ah, du bist. Ja, ich seh's mir. Was macht ihr bei dir? Natürlich Loops-Loops auf den Baulgeber. Hey, ich habe gehört, da ist eine Erinner-Leiter-Zeug. Dominieren und willkommen zu den Klappen. Du bist Aya, richtig? Äh, ja. Mein Name ist Hardy. Wir wollen Rocklederer. Ich verrocke das, äh, Welt, ne? Äh, und dann noch so ein Plan, was, äh, mit deinem Barmisch-Buff mitzugeben, aber... ...sieht aus, als hättest du ein bisschen sauerlich gehabt, oder? Ja? Oh man, du kannst, äh, deine coolen Kommentare auf deiner Seite halten. Danke. Und so, ihr beide, äh, ihr beide kennt euch? Äh, leider ja. Äh, ich hatte das, äh, Unglück, mit deiner Klasse bei Furl zu sein. Äh, too long, didn't breathe. Hardy ist nur jealous, weil... ...er, ich der Beste war, und er nur ein anderer Loser. Ja, genau das ist es. Beschwerb dich selber. Ha, na gut. Äh, plus unsere Schwester, der... ...der nächste Freund, äh, der beste Freund. Äh, so wollen wir immer zusammen rumgeschoben, ey. Aber das ist alles in der Vergangenheit. Ja, okay, du guys, wir können ein bisschen Chacki-Chack. Ich werde meine Pokémon hier, in einem anderen Raum da, was ich in der Haus geschoben habe. So, Schia, willst du Eier ausprobieren, oder was? Äh, wie ich gesagt hab, ein totaler Überflieger. Aber es wäre natürlich ein echtes Schande, wenn du den ganzen Weg runtergekommen wärst, und du dich eigens spätseln hättest. Soll ich dir aushelfen, ne? Nein, ich kann nicht noch einen Kampf gebrauchen, denn wenn ich jetzt noch einen Kampf hab, dann wird Wulfix wieder over-leveled. Ich glaube, ich spreche Feuer. Slumbo. Wenig Wornhakes. Nicht sehr effektiv. Good job, Wulfix. Good job, Wulfix. Oh, wenn ich so für Eis kriege, was da auch... Ja. Soll ich dazu was sagen? Eher nicht so. Das hat auch so gut, dass ich weiß, wo Eis gibt. So, Stahl, links, sechs, vier, 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 vier. Das ist schon witzig, aber nicht mein Style. Das heißt, wenn Chiara sterben würde, ähm, was ich eigentlich zuständig bin. Meine Güte, ich denke, wenn Chiara, wenn Chiara sterben würde, würde die Attacke, die sie dagegen eingesetzt hat, total geschlüsselt haben. Ja, das ist ja ein bisschen besser. Warte, Shuriken. Wenn es sonst nichts ist. Ich rufe mich halt. Der Kampfstück ist so einfach zu einem. Ja, wenn er nicht öffnet ist, selber was soll. Nicht nur, dass er meine Sachen integriert, er change doch. Kannst du die Selle 47 und mittlerweile grau? Sein Ernst? Ich hab dem auch nicht mehr hinzugefügt. Kannst du aber nicht machen? Ich kann's nicht machen. Ich werde mich nicht mehr hinzugefügt. Ich habe die Selle 47 und mittlerweile verankert. Ich habe ein paar Worte gesagt. Ich habe diesen Selle 49 und einen 5. Ich habe den Selle 43 und einen 3. Ich habe einen Selle 48 und einen 3. Ich habe den Selle 50 und einen 5. Ich habe den Selle 49, Ich hoffe, ich hoffe, ich werde gleich Doppel! Alles klar! Nicht noch mehr Doppel-Siegen, als ich weiß, wie das ich denke, aber... Okay! Wunderbar! Wunderbar! Wie gesagt haben Sie, ne? Wie gesagt, das gehen Sie auf die Seite! Mach halt noch nicht damit! Mach halt noch mehr damit! Ich kann mich nicht auf die Seite verlassen! Wunderbar! Es selber geht! Das heißt... Ich bin zuwälder! Ab! Wunderbar! Wie geil ist der 20%? Ach, aber er... Ich hab noch! Ich hab auch noch Feuer! So sitzt wir das nicht! Aber auch Spaß hier! C- Ich hab mich auf die Seite! Das ist gut hier! Wenn ich euch dazu alleine mache das S Bernнет! Ja, ich hab nur noch 3 Kotlin-Candy, das muss gleich wiederholen werden. Ich muss Tranty halten. Auch wenn Tranty überhaupt nicht das macht uns nützt, ist er immer doch ein wichtiger Bestandteil. Weil ihn zwei Level tiefer zu haben, würde mir echt viel helfen. Ja, auf der Hoffnung, dass es kaum was abzieht. Wow! Noch eine Kotlin-Candy-Verspenden. Oh, Wasseranfluss, weil der Gott. Den kann ich vielleicht noch was machen. Okay. Oh, die zieht zurück, wieso? Ich hab mir eben drauf. Wacht, ich hab reinnehmen. Sonshot Bretter! Wenn ich ihn wohl Lona hätte, wäre der Kampfer nicht geworden. Der Lone-Schein. Nichts, nicht. Ich muss mir doch wegnehmen. Das ist nicht so, was ich will. Ich hab's nicht mehr gewonnen. 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 Das ist doch ein bisschen wichtig. Ja, das ist ein verkanter Liste, ja, kackt! Ja, ich auch nicht, wenn ich tanze, tanze nicht wäre, das hätte ich nicht. Weil, ja, das ist ja nicht möglich, das ist ja nicht möglich, das ist ja nicht möglich, Paralysieren das hier denn? Natürlich, ja. Wäre ein unfair von dem Spiel, ja. Wenn ich also diesen kleinen Vortrag habe, habe ich genau den Liga-Drain und der Liga halb aufgelägt. Und dieser Part hier schon fast 25 Minuten geht, weil der Kampf so lange ist. Hab ich auch nicht eingeklagt. Habt ihr aber immer wieder länger im Part. Ich hab demnächst auch bestes Internet. Das heißt, ich kann schneller hochladen. Das heißt, ihr bekommt wieder mehr Videos. Wie ist der denn eigentlich grau? Wie ist der denn grau cooler als? Und? Vielleicht ist es los, äh, bis die Liga halb zu setzen? Nicht? Sade. Hab ich ja auch nicht erwartet. Hättest du die Chance gehabt, anzugreifen? Hättest du die Chance gehabt, anzugreifen? Ich rechne die Ruh an, dass ich anzugreifen. Ich rechne die Ruh an, dass ich anzugreifen. Hättest du die Chance gehabt. 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 Hättest du die einzige Chance gehabt. Hättest du die Chance gehabt. Hättest du die Chance gehabt. Der ihrllowers IP trifft für mich jetzt nicht her... OH geil. Schicht ge Egal! Das nächste took der Spaß weiter. Das ist das. Untertitelung des ZDF, 2020